Achtung, nein! Nein, komm her Tobi! Nein! Ja meine lieben Reisverkäufer und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar werden wir heute das erste Mal ein neues Format machen, beziehungsweise ich habe gesehen, dass andere YouTuber das auch schon mal gemacht haben. Und zwar, Leute, wenn ich sterbe, ist das Video zu Ende. Mal schauen, wie lange ich überlebe und wenn ihr solche Formate feiert, dass ich mal wieder was ganz anderes mache, lasst mal gerne einen Like da. Lasst uns versuchen, auf diesem Video die 2000 Likes zu schaffen. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Wir sind kurz vor den 150.000 Abonnenten, ist auf jeden Fall mega heftig. Und falls ihr mich supporten wollt, Leute, würde ich mich auch wirklich sehr freuen. Also falls ihr was im Shop kauft mit Juwelen, tragt gerne vorher meinen Creator Code ein. Einfach im Shop nach rechts swipen und dann einfach Landi reinschreiben. Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die meinen Code nutzen. Ansonsten wünsche ich, ähm, ach ja genau, ähm, checkt gerne Tubis Kanal ab, habe ich jetzt ganz vergessen. Nach diesem Video würde ich ihn bestimmt auch sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, let's go! So Leute, wir haben uns entschieden, mit Gene und Pam zu spielen. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht sofort. Übrigens, ähm, ist mein neuer PC da. Also heute angekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, wenn ihr dieses Video jetzt seht, ob ich das alles eingestellt bekomme. Vielleicht gibt es heute Abend einen Fall-Greis-Stream. Also heute Abend gibt es auf jeden Fall wieder einen Stream. Oder es gibt eigentlich jeden Tag einen Stream. Ähm, wahrscheinlich erstmal Brawl Stars. Und dann später vielleicht Fall-Greis-Stream. Oh. Okay, das wird interessant, Leute. Da unten ist ein Surge. Da unten ist auf jeden Fall Surge. Ich habe gar keine Lust, das Video jetzt zu beenden. Aber das ist schon mal gut, wie wir im ersten Reporter. Oh, da kommt noch einer. Oh, da ist der Boxer. Hab ihn. Nice, let's go! Leute, das Ziel ist, sagen wir mal, acht Minuten durchzuhalten. Ne, Leute, wie gesagt, lasst alle mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr solche Formate feiert und mal was anderes sehen wollt. Rang 35er-Pusch feiert ihr mehr, ich weiß das. Aber ist momentan in dieser Meta sehr schwer, weil halt Surge viel zu OP ist, ne? Nice. Lass mal den holen. Lasst es safe spielen, lasst es safe spielen. Sehr, sehr nice. Okay, Leute, das erste Game sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Oh, oh, Leute, hier war einer drin. Hoch. Ja. Oh, Savage. Ja. Ja, okay, hat keine Ahnung mehr. Lol, Leute, erstes Game direkt 20 Cubes. Wow, let's go! Okay, hier haben wir hier mal. Oh, nice. Erstes Game, köstlich, köstlich. Ich würde sagen, auf geht's zum zweiten Game. Wollen wir die Kameras? So. Ne, ja egal, wir bleiben die Kameras. So, Leute, let's go. Wieso hast du die Kameras erinnern, oder was? Wäre spannender, oder riskanter. Okay, wir können nügegern. Aber die nächste Runde wechseln wir die Kameras, wenn wir diese Runde überleben. Wir müssen ja erst ein Platz werden, dass viele Leute... Ja. Wir müssen jedes Format auch nicht. Lade darf in die Sterben, und dafür müssen wir Platz 1 werden. Wenn die Platz 2 werden, dann sterben wir. Ja, und dann ist direkt GG. Ja. Deswegen, Leute... Oh, da kämpft, kämpft hier die Action. Oh nein, oh. Oh, oh, wir müssen hier hin, wir müssen da hin. Ja, ja. Komm. Jetzt, let's go. Oh, ich dachte nicht, ja. Wir dürfen sterben, wir dürfen sterben. Warte, warte. Deal, 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 deal. Ich hab noch Gadgets, ich hab noch Gadgets. Der hat 200 IQ, der ist nach unten gegangen. Ja, das ist da oben nicht ein Team. Ich weiß es nicht. Das ist bleibisch und riskant, aber wir machen es so. Oh, let's go. Warte ich ihm immer Schiss auf. Okay, perfekt. Ich hab noch zwei Gadgets. Also, ich hab keinen benutzt. Oh, Leute, das wird so... Oh, ich darf nicht sterben. Oh, Leute, da kommt der mit eingerollt. Wow. Hab ihn. Vielleicht kriegen wir noch einen Boss, dann haben wir 11 Cubes oder so. Eigentlich darf ich so nicht facechecken, aber Leute, ne. Leben am Limit. Man kennt ihn. Naja, aber es sieht wieder gerade gut aus. Achtung, nein! Nein, komm her, Tobi! Nein! Look! Warte, ich muss mal die Sounds, glaube ich, ein bisschen leiser machen. Oh, mein Gott, Leute, let's go. Ja, ich wollte es halt ein bisschen spannender machen, ne? Man kennt ihn, Leute. Der Spannenmacher. Roll? Oh, let's go, baby! Los! Oh, yes! Let's go! Sehr, sehr clean, Leute. Zweites Game, auch Platz 1. So, Leute, wir haben, damit es nicht langweilig für euch wird, mal die Combo gewechselt. Und zerstören wir jetzt Gene und den guten Flex Crow, Leute. Haut mal alle Hashtag Flex Crow in den Kommentaren. Jeden, der jetzt Hashtag Flex Crow in den Kommentaren reinhaut, gebe ich ein Herz. Let's go. Ah, okay. Mortis. Das Gute ist, mit Crow habe ich Gadgets, ne? Ist so, nein, da weißt du das, Tobi? Hier, dann lass mal. Oh, oh. Oh, close-up. Das war echt close. Oh. Oh, ich fiele, ja, ja, ich fiele, ich fiele. Hey, Leute, da ist es jetzt. Oh, nee. Lass mal hoch, rechts, oder? Da oben war er, glaube ich, ja. Soll man ihn holen? Ja, hol. Check mal auf, ich nehme, wo ich noch mehr drin ist. Ich glaube nicht. Okay. Okay, sehr gut, sehr gut. Ist gut, Leute, ist gut. Warte, ich denke ein bisschen? Wie hielt's dir? Ja, das ist riskant. Ja, egal, du hielt's dir. Ja, klar. Sehr, sehr nice, Leute. Oh, lol. Ich hab gerade Herzbekommen bekommen. Lol, lol, hä? Lol. Ja, lass da oben. Oha, was ist das denn? Ich hab doch gesagt, check dich nur. Hab ich nicht gecheckt? Hä, bin ich lost? Nee. Du hast gesagt, ich hab gedacht, er ist nicht. Ich hab, ich hab, ich glaube, ich da nicht hingeaimt. Oha, ich hätte gerade... Oha, ich hab mich gerade voll erschrocken, Tobi. Achtung, no, das ist ein Surge. Oha, der hat voll... Pass auf, hier ist irgendwo ein Leon. Oh. Ja, ich brauch meine Supa unbedingt. Oha. Jungen, was ist das? What? Oh mein Gott. Ich hee, ich hee, ich hee. What? Wie, wie zur Hölle ist das denn so close? Ja, warte. Oh mein Gott. Ja, schnell, schnell, schnell. Was machst du? Ich muss zuerst stünden, Bruder! Nein! Oh nein, nein, nein! Okay, okay. Jetzt komm, 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 komm. Ich riskiere es nicht, oh, let's go! Sehr, sehr nice, Leute. Ich zeige euch das jetzt auch mal kurz in der History. Dreimal hintereinander Platz 1. So, Leute, ich zeige euch jetzt auch nochmal die Games. Ihr seht, wir haben nur gewonnen bisher. Mega nice. Dreimal Platz 1. So, Leute, auf geht's zur nächsten Runde. Bisher, ne, dreimal Platz 1. Nicht einmal gestorben. Läuft! Ne, ich hab keine Kiste bekommen. Oh mein Gott, ist das gefährlich. Hast du Kisten bei dir? Ne. Ja, ich wurde hier gerade absolut... Ja, gut, wir haben einen Power-Ableib. Okay, Leute, diese Runde sieht nicht nice aus. Aber, ja, das beste Spiel der Welt noch nicht. Ja, ja, Leute, ihr wisst ja, ich, bester Spieler der Welt. Easy peasy, ich brauch keine... ...äh, Power-Cubes. One-O-K. Nice. Nice. Let's go, Team in, Kappa. Wollen wir holen auf Risiko, Tobi? Ja, ja. Ja, wir müssen was kommen, Leute. Es geht ja nur Platz 1 oder... ...ne, Videos zu Ende. Ja, wir müssen, wir brauchen... Wir müssen, wir brauchen... Ja. Das sind unsere Thema-Kollegen, Tobi, Kappa. Ja. Oh nein, wie holt sich die ganzen Power-Ups? Och, maaan. Aber der hat voll den geilen Pin von Mr. P. Panzer, cool. Cool. Haut mal eine Hashtag cool in den Kommentaren. Cool, ja. Cool. Oh, jetzt, 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 Tobi. Show your move. Ja, das ist... Oder, pull einfach, oder? Was? Ich überlege, ob du ihn einfach pullen sollst. Wir müssen kurz hoffen. Oh nein, Leute. Oh, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Vielleicht Cubes. Wait. Nein.